Ich habe heute den E-Grill eingesprochen. Das war sehr anstrengend und am Anfang war es auch eher komisch, weil man es halt nicht gewohnt ist, so seine Stimme zu verstellen. Wir waren im Wald, im Bestattungsinstitut, die waren alle sehr nett und da haben wir die Zwergszene gedreht und auch die ganzen Schauspieler waren auch sehr gelassen. Dann haben wir noch im Wald ein paar Filmszenen gedreht, wo dann leider die GoPro auf dem Spielplatz vergessen wurde. Die Stimmung war sehr erheiternd, könnte man sagen und lustig, so wie die Hin- und Zurückfahrt, die war auch relativ lustig. Ja, das war's.